Kannst du uns umgehen? Hallo miteinander. Ich bin so fleischig gewesen. Komm einfach nach hinten. Hallo Andrin, ich bin Laura. Ich bin 12 Jahre alt. Hallo Andrin. Ich bin 38 Jahre alt. Hallo Andrin, ich bin Kevin und ich bin 31 Jahre alt. Wir sind schon seit 14 Jahren hier. Ich war 14 Jahre alt. Ich war 16 Jahre alt. Und jetzt haben wir noch 14 Jahre alt. Ich wollte in dem ersten Buch sein. Aber Laura und Kevin haben nur mit. Wir sind beide handwerklich begabt. Und ich auch. Oh, oh. Oh, oh. Schnell warte, Schatz. Jetzt erzähl ich dir. Was machst du? Wo bist du? Ich bin jetzt in der Mitte. Ich bin jetzt in der Mitte. Wir haben hier schon sehr viele Sachen gemacht. Als wir das, was wir gekauft haben, sind z.B. die Neu mit einem Baden neu verputzt. Das mussten wir alles mit einem Schwarm und Stechbeutel abkratzen. Und ich habe alle Neu verputzt mit Abrieb. Und das ist mein Spielzimmer. Und irgendwann mit Abrieb haben wir wirklich überall neu verputzt. Da war alles braun. Und da hat Kevin fleissig alles weiss gespritzt. Und sie hat noch ein bisschen Säle. Und wir haben noch so eine LED-Liste für sie. Jetzt wollen wir uns mal an den Gartenwagen. Und sie wollen noch mit den Hilfen. Das ist so ein bisschen wie unser Sommerparadies hier. Gerade in der Pfadeauswahl sind wir uns noch ein bisschen unsicher. Von der Pergola oder auch in der Dekoration sind wir sicher froh, wenn noch ein paar Tipps sind. Ciao! Ciao, Anderlin! Willst du noch mal etwas auf Disco? Ja! Ciao, Anderlin! Du hast eine gute Idee. Du hast eine gute Idee. Es ist sehr unangenehm zum Laufen. Darum wäre es schön, wenn man hier mal wieder alles wegnehmen. Eine schöne Ritplatte. Weil uns vieles erliefert. Wenn wir mal eine Runde um den Pool machen, damit wir alles zeigen, was wir machen möchten. Ja! Ja! Da sind wir dann noch mit der Farbabstieg im Rätsel mit dir. Ich habe ja gehört. Aber die ist schon stabil sonst? Ja! Wir haben das Gefühl schon. Auch die, die es schätzen kamen, haben gesagt, wir müssen hier keine Bedenken haben. Und einfach auch das Wägel wieder rund um den Pool. Genau! Aber es sind gleich 300 Platten, die wir verlegen werden, wenn es zählt. Auch wenn die beiden einen handwerklichen Hintergrund haben und sie erfahren mit Blättchen und er Erfahrung mit Paket hat, heisst das so lange nicht, dass sie auch einen Aussenboden verlegen können. Und auch wenn es da vielleicht gegenüber dem anderen Team ein bisschen Know-how-Vorsprung gibt, ist es schon eine riesen Fläche, die sie hier anpacken möchten. Und der Pool selber, das bleibt alles, wie es ist. Das lassen wir nicht. Wenn wir das Stückweise entfernen, auch das Schmini, das ist in die Jahre gekommen, das darfst du kaum anlangen. Der Stückweise hat keine Funktion. Ja, das ist klar. Es nutzt es niemand. Es liegt niemand drauf. Ja, das kannst du nicht machen. Bei mir, soll ich, könnte der Russen sein. Also, wo ich mich, könnte der Russen sein. Ich bin mir nicht dabei. Ich bin mir nicht dabei. Der Garten ist zu viel. Es ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ahhhhhhh